Hallo, kurzes Update. Von dieser Woche wird es kein Video geben, denn Christina und ich haben uns getrennt. Da gibt es jetzt einiges aufzuarbeiten und deswegen habe ich einfach nicht die Kraft gehabt, überhaupt ein Video jetzt die Woche zu machen. Wie es weitergeht, gerade alles planlos. Ich halte euch auf dem Laufenden. Macht's gut, Daniel. Untertitelung des ZDF, 2020